Willkommen zurück in Divinity 2 und wir sind auf dem Weg hier, denke ich zumindest, zum Dr. Daver, zu dem Erzdämonen. Da hinten ist das schwarze Haus, das ist auf der Karte eingezeichnet und ich denke mal, dass es das Haus des Doktors ist. So, mal speichern. Oh, Maladie. Oh, Maladie. Ähm, welche Ausfahrt nehmen wir denn da? Soll ich fortfahren? Ja. Well, die Prognosis ist sehr gut. Ich weiß, wie wir finden, dass wir deinen Dämonen finden können. Der Ort, wo er schützt, die souls er schützt. Wenn wir ihn finden können, können wir ihn zerstören. Loser inhales sharply. So, Team, bereit, zu rollen? Heh, niemand. Natürlich machen wir das. Zeit, einen Dämonen zu zerstören. Er nimmt Losa's hands and closes her eyes. Stay near me, all of you. You don't want to get lost where we are going. You are suddenly heavy on your feet. The air here feels weighted with import and dread. All light within you feels suddenly dimmer. Okay. Ja, da kam mir ruhig Mut zu sprechen. Wir hauen hier erst wieder ab, wenn wir das geklärt haben. Ich bin glücklich, dass du hier bist. Also, wo sollen wir beginnen? Das ist auf die Frage, was wir finden. Wir müssen deinen Dämonen verbrechen, indem er die souls, die er hier schützt hat. Exakt wie er sie schützt hat. Und was das für uns bedeutet, wird eine Überraschung für beide uns. Hm. Haben die alle dann so einen persönlichen Ort, diese Dämonen? Na was? Die powerfuls sind. Nothing they enjoy more than a private playground where no prying eyes can interfere with their... fun. And before you ask, no, I don't have one. Even I have a modicum of decency. Deep, deep down. Wie kann ich wieder weg? You can, but that would close the portal for good. There's nothing for me to bring us here. It takes a great sacrifice. Don't waste it. I believe so. But we won't let that happen. You can say that again. Na dann. Halten wir uns mal an Maladie hier. I can sense something here. This is it, Losa. The black candle glows with eerie, heatless light. The black candle glows with eerie, heatless light. If it's important to the demon, it may contain the key to saving Losa from his clutchs. Gucken, ob ich das nochmal mit Losa benutzen kann. No wax pools at the candle's wick, though it grows brighter as you inspect it. A feeling comes over you. There's a soul within this flame, within the black wax that fuels it. Do you feel it, Losa? There's a soul within this candle. So, this is how your demon operates. He collects them here and feeds from them at his leisure. I feel it. It's the spirit of a woman. Prudence. The innkeeper in Driftwood. She made a deal with him, with a drama leak. And now she'll be trapped here, forever. If the demon is feeding from her, we need to snuff the candle out. This is how we'll weaken him. Snuff her out? But that's like, like killing her. If I do that, I'm no better than I'd drama leak. Please. He destroys people for the love of it. If we must do this, it's to save the thousands he'd feed on in future. That isn't true. I don't care about them. I mean, I do. But the only person I really care about is me. I don't care about them. I don't care about them anymore. Eine Seele auslöschen habe ich ja bis jetzt auch nicht gemacht, um solche Source Points zu bekommen oder solche Sachen, aber wir müssen ja den Adra Malik schwächen und ihn besiegen. Und es ist ja nicht so, als würde die Seele jetzt, die da gefangen ist, es besser haben, wenn wir das nicht schaffen. Hm. Schwierig. Ich will halt jetzt nicht, ich habe nicht so viel Zeit gefühlt, um jetzt irgendwie die ganzen Geschichten zu hinterfragen. Gerade wenn die Maladie jetzt meint, das Portal hält ja auch nicht ewig. Und so weiter. Aber hier mal kurz hingucken, die Zeit haben, das schwächt ihn ja bestimmt auch. Ich komme gleich. Was haben wir denn da? Ein Zauberstab? Ich würde diese Sache neutralisieren, bevor es tut Na gut, gehen wir mal raus. Können wir da vielleicht mal rauskommen? Na gut, sollten wir das vielleicht nicht unterschätzen, seine Fallen. Int 3. Oh, das ist totaler Quatsch, die Sache, die ich jetzt aufgehoben habe. Egal. Wollen ja nicht so viel Zeit verschwenden, die Maladie wartet schließlich. Auch wenn da noch ein bisschen mehr liegt. Tch, tch. Was ist das Haus? Kannst du vielleicht mit denen sprechen? Tch. Er versteht. Er will, mich zu erledigen, zu erledigen. Er will, mich zu erledigen. Er will, sich zu erledigen zu erledigen. Und die zweite ist voll von Angst. Eine Führung. Er will nicht, dass er in die Schmerzen gesetzt wird. Das heißt auch nicht, dass man so witt wie er. Ich fühle mich irgendwie nicht gut damit. Ich ziehe mir die Läume so in der Hand. Ich schreibe den Ort. Ich schreibe den Ort. Die Gehaunderteile werden nicht so. Nein, ich schreibe den Gehaunderteile. Boah, das sieht mal beeindruckend aus. Sie stand silent, stock still. Maradie suddenly grabs Loza's arm. She speaks through gritted teeth. We must stop him. This cannot continue. We can't let it. We need to free them, snuff them out. If a drama leak can't draw on their power, we'll be able to face him and finish him. I... I... But they're all like me. Every last one of them. How can I... How can I... Let's not all these... Alle Kerzen auslöschen, oder? I know it isn't easy, but we need to end them. Yes, they will vanish. They won't go on to the hall. They'll simply cease to be. But if we don't do this, there will be no stopping a drama leak. The sea of candles will grow larger. He won't stop. Das klingt tatsächlich nach Massenmord. Das ist schon ein bisschen krass. Loser looks out over the sea of candles for a long while, saying nothing. It's so quiet here. I don't feel him at all. Here we are. Before the evidence of all his disgusting deeds, and... My mind is clearer than it's been in a long time. It's funny, isn't it? How some pain is so big, it just burns you clean from the inside out. It's almost like I could just step off the edge of this ledge and float away. There's nothing to me anymore. Nothing at all. Das hat es auch mir komisch, sagen, dass sie hierher gehört zu dir. Das ist ja, das wird es sagen, das passt ja alles. Aber hierher klingt, als würde sie hierher gehören in diese Dämonenwelt. Das habe ich aber nicht gemeint damit. Sondern, dass sie ja... dass sie nicht irgendwo verschwindet, sondern sie zu uns gehört, zu der Gruppe. Ich war niemals nicht so gut. Jaaah. Es ist fertig. Es ist fertig. Es ist fertig. Komm schon. Okay. Okay. Das sollte es sein. Wir müssen... Wir müssen weg. schnell. Sie patsen und rühten die Hände. Blut schlägt sie auf ihren Kopf. Loser ist still und quiet. Her Augen flashen gray, then black, dann dringend zurück zu normalen. Eine Dramatische. Sie muss furchtbar sein. Wir müssen sie weg. Jetzt. Hör. Die Flamen und die Dämonen und die Innozen in der Prozesse hat Losa schaut sie auf ihre Partie. Einfach war es nicht, aber hoffentlich das Richtige. Ja. Sie hat viele gegründet, um mehr zu retten, mehr zu retten, mehr zu retten. Sie hat sich selbst mit ihnen. Es war die richtige Sache. Sie hat nichts zu tun. Sie hat viele Menschen verloren. Sie hat viele Menschen verloren. Sie werden viele mehr zu retten, dankbar Sie. Ich hatte keine Wahl. Wenn ich diese Menschen zu retten, ich habe keine Chance von einem Dramatischen zu retten. Das ist die einzige Weg vor. Das war... Das war großartig. Er ist Angst. Er ist Angst. Ich fühle es. Oh mein Gott. Ich fühle es. Das ist es. Ihre Freiheit. Vielleicht schaffen wir es ja. Freiheit. Ich kann gar nicht erinnern, wie es schmeckt. Zeit, zu finden. Ich glaube. Lass ihn holen. Lass ihn holen. Wer ist jetzt tatsächlich die Möglichkeit? Können wir ihn bekommen? Sagt er mal die dazu. Lass ihn holen. Wir müssen Dallas finden, bevor es zu late ist. Das ist für Sie, zu finden. Arx ist rife mit Divine Order grunts, doch. Sie ist von ihnen. Sie wissen, woher zu gehen. Take care of yourself, Godwoken. Sie werden nicht immer da sein, für Sie. Da hast du es. Losa. Wie fühlst du es? Wie schwach er wurde. Es ist unglaublich. Mein Herz fühlt sich mehr als mein eigenes als es in... in zu lange. Ich kann fast anfangen, dass ich eine Chance zu kämpfen. Du musst ihn noch Du musst ihn noch besten. Aber du kannst es tun. Especially mit den Allies wie dieser zu sein. Das habe ich nichts. Ich... ich muss resten. Du kannst es tun. Du kannst es tun. Du bist bereit. Du kannst das jetzt und für immer. Ich könnte es nicht tun ohne dich, Mals. Losa raps Maladie in einem großen Huck. Maladie grimmert und patscht sie zurück. Boah, was ist denn hier drin? Wenn ich den endlich loswerte. Das wäre mal endlich... Das wäre echt gut. Den blöden Typen. Bin sehr gespannt auf den Kampf. Wie der wohl anders verlaufen wäre, wenn man das mit den Seelen irgendwie anders angegangen wäre. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Toller Nickname sagt, wie lange das Spiel schon so dauert. Weiß ich nicht. Bestimmt schon so 120 Stunden oder so. Das sagt ein Steam. Aber Steam ist nicht ganz richtig, weil ich es auch manchmal so angelassen habe. Oder... 129 Stunden sagt Steam. Vielleicht 120 Stunden gespielt davon. Würde ich schätzen. Schon eine Menge. So, wir speichern mal. Mal gucken, ob wir jetzt hier drin den Dämonen antreffen. Anweisung des Doktors. Er wollte uns doch nur für Loser zu öffnen. Die Tür ist nicht öffnet. Eine verrückende Sensation kommt über dich, als ob die Tür dich zu examinieren wäre. Loser. Der Doktor wird dich jetzt sehen. Ja, wir bleiben zusammen. Loser. Loser. Der Doktor wird dich jetzt sehen. Der Doktor wird dich öffnen. Der Doktor wird dich öffnen. Seine Augen sind wie ein schreckliches Blatt, wie ein hügeler Schack. Du... Du bist... Du... Du bist... Du bist auf dem Doktor. Du bist auf dem Doktor. Er erwartet dich. Du bist zu ihm. Der Doktor wird dich öffnen. Der Doktor wird dich öffnen. während du bleiben. Der Doktor wird dich öffnen. Dein Fleisch hat so... ...perfum. Ich bin auf dich getrunken. Der Doktor wird dich öffnen. Mhm. Selbst wenn man vorher nicht wüsste, dass der Adramalik den Doktor beherrscht, dass hier was komisches wäre, ziemlich schnell rauszufinden. Naja, dann... Guck mal. Ich bin sehr gespannt auf die Begegnung mit dem Doktor in Adramalik. Das wird schon spannend. Ja, ich bin auf die Begegnung. Spannend. Wir sehen uns beim nächsten Mal.